Das muss ich jetzt nicht verstehen. Na doch. Das ist so ein komischer, brauner Luftballon. Mit... Ohren. Brown has a frown. Wie sieht das aus, als... Oh, Mist. Geil. Oh oh. Nicht schon wieder. Nein. Ich muss hier gleich raus. Gut. Ich muss hier einfach... Wie sieht das aus aus? Ich muss hier raus. Wie sieht das aus aus. Wie sieht das aus aus? Wie sieht die Zutaten aus aus? Und... Ich habe einfach hier... Ich habe hier raus. Wie sieht das aus? Ich glaube, ich komme gleich mal wieder rüber. Ich finde hier irgendwie kaum was. Dazu gibt es ein Problem. Ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Okay, ich muss da oben rum. Nein! Super, soviel dazu. Super. Okay, das sollte so nicht passieren, das war nicht so geplant. Ich muss hier doch irgendwie wieder rauskommen. Wie war das mit einem Block? Ah, Shift. Super, super, das gibt es doch nicht. Ja, genau. Nein, ich probiere gerade irgendwie rauszukommen und habe es auch fast gepackt. Bis auf einen Block und da bin ich natürlich runtergefahren. Ich habe die großen Lagerkisten so ein bisschen bewegt, ne? Ja. Ist ein bisschen umgestellt. Die sind jetzt nicht ganz am Rand. Weil, damit ich hinten auch so eine Nachdenkung kann. Das wirst du gleich sehen, wenn du das siehst. Hier raus. Nein, du kommst jetzt hier nicht mehr raus. Tu WhatsApp sofort hier. Ja, ich schaffe. Oh, da geht's ja runter. Oh, da geht's ja runter. Oh, geil. Loot. Oh, da geht's. Gibt es hier nicht Blüten? Oder gab es da auch Holz? Fragen befragen! Geil. Hier gibt es die Ediensfrucht. Geiler Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob wir davon welche haben bei uns. Was? Ich hab ein bisschen zu viel zu essen. ich tue sogar mal eine Kiste, wo ich einfach irgendein Kram jetzt gerade rein oder eine random Kiste ja gerade irgendein Scheiß, den ich gerade nicht einordnen kann ich tue mir ja Was sind das denn für komische Dinger? Ich weiß nicht. Was? Die Viecher halbieren sich? Da unten läuft gerade ein halbes Steak rum und das kann sich halbieren. Das ist ein halbes Steak rum. Was ist das so gut? Ach, das ist Fleisch. Das sind Fleischbäume. Lecker. Na, lass mich so zeigen. Super Idee von mir. Super. Und über diese komische Stacheln im Boden drin. Das sieht so strange aus hier. Das ist so strange. Aber überhaupt. Alter, wir laufen jetzt gerade ein Haufen von Steaks hinterher. Was? Kila Steaks. Ja, Kila Steaks. Alter, was war das aus dem Scheiß? Ne. Was? 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 Hache des Fleisches. Ich will meine Sachen wieder haben. Ne, ist das nicht. Aber ich wohne jetzt mit meinem Auto. Geht jetzt ein Stück sehr schnell. Okay. Keine Ahnung, wie man das Ding ordentlich fährt. Das ist kein Schaden. Mit Skill. Die Richtung. Der kann doch fahren auch. ist das. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Und das war's. Alter, bin ich ja schon fast wieder da unten. Oh oh. Hörst du mich noch? Ich glaube, Starboard hat sich verabschiedet. Ich werde mal zur Sicherheit an dieser Stelle bald ein kurzes Cut setzen. Bis gleich. Okay, alles ist wieder gut. Ich hole mal meine Sachen. Okay. Okay. Aha, ich habe schon. oh das ist jetzt so gar nicht gut mein Wagen ist fast tot ich hätte eine statische Zelle bekommen ok ok wieder tot juhu ja es ist ein bisschen scheiße es ist mir gerade schon wieder nacht meine Verbände liegen alle ganz weit weg brauchst du vielleicht Hilfe ich kann doch schon alleine ok ich habe es gleich weg ok ok ich habe es gleich weg das blöde Sau ich kann auch meinen Wagen nicht mehr nutzen ist der auch weg da brauchst du vielleicht nicht hier doch Hilfe ja ok dann kommt vorbei ja ich kann mich halt nur die ganze Zeit mit dem scheiß Kaltun aufhalten in welche Richtung ist das nach links Und du hast immer noch keine Hose an. Ja deswegen. Du musst die auch noch craften. Das ist natürlich vorher machen müssen. Meine Sachen. Ja. Und das ist ein bisschen mit dabei aufgewachsen. Mir ist mittlerweile aufgefallen. Immer noch ohne Hose rumläuft. Rüstungs Hose. Alter, nein, richtig Hose. Nee, die Hose wie am. Oh, ein Vogel. Vielleicht, wenn du gerade Probleme hast. Sonst soll ich auf mich warten. Kiste, die kannst du gerne lupen. Kannst du sagen, was drinnen war? Was ist? Kannst du sagen, was in der Kiste drinnen war? Äh, mehrere Sachen. EPP Modul. Manipulator Modul. Ich hätte diese Kiste looten sollen. Ich hätte diese Kiste looten sollen. Ja. 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 Was ist das, um die Kiste zu kommen? Wie? Manقولe, kann man echt schlafen. Was ist der Kiste hier? Dann machen sie mit dem, der Fall. Das wird auch gerne. Wissen sind die Kiste zu kommen. Ja, da hab ich unseren Kiste beschrieben. Er kann sich dazu die Kiste raus. Es wird alles ein Kiste rausgebracht worden. Ach, du Scheiße. Schau, die Sachen müssen hier gleich irgendwo sein. Das sieht gar nicht gut aus. Nein! Nein! Gottverdammt, Alter! Kann sich aber jetzt zu mir boarden. Das habe ich gerade wieder falsch geboardet. Scheiße. Oh, ne. Alter, nein! Oh, Mann! Da war's. Oh, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020